Hallihallo ihr Lieben da draußen auf der ganzen weiten Welt und willkommen zum Matsch Mittwoch. Ich hoffe ihr könnt mich hören und ich hoffe euer Internet funktioniert und ich hoffe mein Internet funktioniert und ich hoffe, dass wir heute ganz viel Spaß haben werden. Es ist ein bisschen anders als sonst. Heute fange ich nicht direkt mit Super Mario Maker 2 an. Nein, mein lieber Moderator, der liebe Celenta hat mir gesagt, es gibt eine neue Nintendo Direct Mini. Die hat er mir heute Abend geschickt und ich dachte mir so, okay. Und er hat sogar gesagt, du solltest vielleicht mal live darauf reagieren mit dem Hinweis, dass es mir am Ende gefallen könnte. Was gefällt mir nicht von Nintendo? Lasst uns gemeinsam gucken, was hier bei Nintendo abgeht. Es ist so gut. What? Celenta! 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 Zeit der Fährung! Updates? Ich höre meine Emotions gerade. Ich höre euch auf einen Schlag! Hört nicht hin! Oh mein Gott, dieses Spiel wird so heftig. Was? Ich höre euch auf einen Schlag! Ich höre euch auf einen Schlag! Oh, wow! Man kann mit den Recken alles zerstören. Es sieht so... Ist es deren Ernst, dass sie das heute rausbringen? Oh, ich hasse sie. Nein! Oh, ich krieg gleich wieder Pipi noch. Warum machen die das? Oh, ich krieg Pipi mit mir in den Augen. Nee. Jetzt sei es so süß. Ah! 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 Oh mein Gott! Oh, wieso... Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel... Ihr wollt wirklich, wenn ich das spiele, heute... Ich kann nicht anders, als es heute zu spielen. Echt jetzt? Wieso haben mir das alle vorenthalten? Weil du eine Live-Reaction machst! Ich hasse euch! Ich hasse euch! Es ist so ein Super-Mario-Tag, ey! Jetzt wird's ein Zelda-Tag. Sorry, aber wenn das Spiel rauskommt, werd ich eh jeden Tag nur noch Zelda streamen. Da gibt's auch keinen Mario Maker erstmal. I'm sorry. Mögen der Untertitelung des ZDF, 2020 I must protect everyone! Oh god, I'm going to pull! Wie süß ist der denn, bitteschön? Eine weitere Legende, die von den Recken erzählt Und von einem Wächter, der in die Vergangenheit reiste Alle zusammen stellten sie sich der Verheerung Krasses Intro Aber der ist voll süß, der Kleine! Oh, es geht weiter! Ich muss grad still sein, Leute, das ist grad mein Spiel Dieses Schloss ist so schön! Ich liebe es! Geht's weiter? Ich liebe es, ich liebe es! Wir haben einen Moment, jenen Jahren Nachdem uns die Wiederkehr der Verheerung Garner und vorhergesagt war Wir brachten die Titanen ans Tageslicht Trieben die Erforschung der alten Relikte voran Und dennoch Unsere Vorbereitungen müssen als ungenügend betrachtet werden Derweil überziehen unzählige Hauben von Monstern das Land. Selbst Nachschloss Hyrule streckt der Feind inzwischen seine Hände aus. So lasst uns zuerst die marodierenden Monster der Ebene vernichten, um uns mit neuer Stärke auf die Verheerung vorzubereiten. Soldaten, fasset Mut! Aus in den Kamm! Im Link ist einer von vielen Soldaten, er ist noch gar nicht der Auserwählte. Uh, das fängt ganz verschwunden an. Oh, jetzt mitten in der Schlacht hier, was... Ich hau erst mal ab. Okay. Okay, dann renn mal. Er kann dann so richtig schön schlachten und seinen Fuß rauslassen, das war schief. Charakteraktion. Charakteraktion. Okay. Oh Gott, das ist... Oh, das ist ein Weltverteiler! Oh, da ist Geld. Wo ist denn was? Wo ist denn was? Wo ist denn jetzt eigentlich alles drin hier? Ich muss wahrscheinlich unten zur Karte, ne? Es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel gegenseitig im Spiel. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Stellt euch darauf ein, dass ich sehr viel Schlachten gewinnen muss. Okay, dann bringen wir doch mal diesen einen um. Der ist hier vorne irgendwo. In dieser Schlacht befindet sich ein großes Projekt, das ich umbringen muss. Was ist denn? Wunderzu gut! Wollte ich den Mörder mit wollen? Ja, genau! Da ist er! Ich seh ihn! Oh! Oh! Schon direkt erledigt, meine Damen und Herren! Das ging aber schnell! Ich muss erstmal klarkommen mit diesem Spiel hier. Man wird ja einfach direkt reingeschmissen. Ich glaube, mit dem muss ich mich ja gar nicht mehr beschäftigen. Eigentlich muss ich mich mehr um die gelben Punkte auf der Karte beschäftigen. Und die sind ja hier. Also geh ich erstmal da lang, weil da ist die Tür offen. Das Prinzip von Hyrule Warriors war immer, dass man bestimmte... also... Orte wie hier zum Beispiel erobern muss. Der ist doch nicht so einfacher als die Daku. Der ist vorne auf dem Sieg und der will irgendwie nur so. Okay, er ist tot. Also speziell aber... Oh, Kisten! Ist das euer Ernst? Also man kriegt auf jeden Fall auch die ganzen Sachen, die man bei Walford vorbeisammeln kann, wie Äpfel und... Ist jetzt wieder eine Zwischensequenz? Oh, das ist Baby-Ding. Oh, der Baby-Guardian, der ist so süß. Ich glaube, die Amiibos funktionieren... Weiß ich nicht. Also wenn die hier auch funktionieren, wäre das natürlich echt genial. Aber ich kann mir nicht vorstellen... Ah, Impa! Impa in Jung. Ich finde das total süß. Oh, zur Hilfe bitte! Oh, der Sheikah's late. Sheikah's late, das heilige... Jetzt wird der Kleider... Genau, mein Mann hat mir gerade ein Amiibo vorbeigebracht. Den lieben Daruf. Selch spielt Hyrule Warriors. Ich sehe sie alle online. Jeder spielt Hyrule Warriors. Ich bin gerade so geflasht, dass es genau heute rauskommen muss. An dem Tag, wo ich immer streame. Das ist Schicksal, Leute. Und da kommt der kleine Süße. Oh, das ist ja süß, Leute! Der ist so knuffig! Der ist so knuffig! Guckt ihn euch an! Und der verfolgt mich jetzt? Was ist das? Nein, keine Zeit. Zuerst muss ich mich um die Monster kümmern. Hallo! Hey, die hat Hallo gesagt. Ich denke mal, das Spiel ist auf Englisch. Aber es ist ja gar nicht mehr auf Englisch. Wo ist die denn jetzt hin? Achso, da lang. Was? Bring'n wir mal weiter. Wir haben ja auch irgendein Geschäft bekommen, oder? Sehr gut. Ah! Wow. Jetzt bringen wir den rum. Yes, Baby. Okay. Okay. Ich steh auf dem drauf. Versiegelt ihn mal weg. Ja. Charakterwechsel mit Y. Okay. Okay. Jetzt spiel' ich also mit Impa. Hm, das ist ja auch was. Ich bin ja wohl spannend, was sie hier für spezielle Fähigkeiten hat. Woll' grad erst mal auslisten. Okay, das hieß gleich mal. Wie schlecht ist denn? Was war hier? Nein! Nein! Man kann die Krogs sammeln. Ist das deren Ernst? Oh mein Gott! Wait a second, wait a second. Meine Krogs sind mit dabei. Ich hab' übrigens alle von denen, ne? Ich hab' sie alle zu Hause. So. Sieht jetzt total lustig aus hier, ne? Aber ich feiere gerade echt, dass man die Krogs samm findet. Aber ich frage mich, wo sind die denn alle? Das war jetzt gerade echt nur per Zufall. Und der steht hier einfach so rum. Wie süß ist das denn jetzt? Oh, die haben so viele Details hier reingebracht. Das ist nicht so schön. Da fühlt man sich direkt wieder zu Hause in dem Spiel. So, meine Damen und Herren. Ich komme. Wow! Die haben mich schon wieder hier angegriffen. Ich kann auch Bomben. Wow! Mies, aber immer mächtig hier, Leute. Wenn die mich angeraten, kann ich das ja auch, ne? Wow! Das war vielleicht nicht so cool. Mich selber im... Die muss ich also nicht drängen. Okay, das ist also auch so. Und über die Gemeinsamkämpfe? Ich hoffe mal, dass... Jetzt sollte ich die bisher von der Ferne... Oh Gott, die sind ja überall! Oh Gott! Das sind drei Stück! Uäh! Die hält aber ihre Attacke nicht so gut aus. Wow, 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 wow. Die sind stark. Die sind echt hardcore schwer, Leute. Ich hab da noch ein Herz. Ich hab da noch ein Herz. Ich bin nicht in den Kisten. Ja, cool, wenn da mal ein Herz hin... Wo bin ich denn überhaupt ein Herz hin? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie wär's, wenn ich mal weglaufe? Ich brauch was zu futtern! N und B. Ah! Okay! Keiner ist schon mal tot, Leute! Einer ist tot! Einer ist tot! Wir sterben! Gues! Diese Stinge... Das war mal ein Angriff, Leute. Wie ich das hingekriegt habe, keine Ahnung. Dieser Kampf ist unser Sieg. Ihr habt bis zum Schluss gekämpft. Dieser junge Ritter hat sich selbst übertroffen. Sollte ich ihm einen offiziellen Posten geben? Schlacht auf der Ebene von Hyrule. Sieg. Ich habe gewonnen! Das war aber mit Standard schon echt hart. Also, um reinzukommen, ist das wirklich genau die gleiche Steuerung wie beim Breath of the Wild Spiel, was ich schon mal mega cool finde. Okay. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ist die Demo jetzt schon vorbei? Oder kommt noch mehr? Ein mysteriöser Wächter. Und ein mysteriöser Turm. Wie sehr ich auch nachdenke. Es erklärt sich mir nicht. Der ist so süß. Der ist so wie R2-D zuerst. Was ist denn? Oder so wie BB-8. Komm sofort zurück! Der ist so knoppig. Der ist so niedriger. Der ist so niedriger. Der ist so wie es zuerst. Der ist so niedriger. Der ist so niedriger. Oh, der ist so süß. Ich will ihn haben. Er reagiert auf den Shika-Slate. Die Nachricht des Wächters wurde auf den Shika-Stein projiziert. Sie berichtete davon, wie er nach der Wiederkehr der Verheerung in der Zeit zurückgereist war, um Zelda zu retten. What? Okay. Impa bat darum, die Reliktforscher Pura und Robelo den Wächter sowie den Turm, der aus dem Nichts in der Ebene erschienen war, untersuchen zu lassen. König Roham gab ihrer Bitte statt. Ich liebe diese Stimme. Diese Sprecherstimme ist so geil. Von dem König. Oh, my goodness. My heart. Oh, dieses Spiel. Los geht weiter. Mein Shika-Slate. Ja, ja, ja. Und er leuchtet. Befehle für Link, Ritter von Hyrule, verteidigen den seltsamen Turm, der plötzlich erschien, eine wichtige strategische Position. Des Weiteren, jener Wächter, der durch die Zeit reiste, verdienen seine Kräfte unser Vertrauen, findet zusammen mit den Forschern eine eindeutige Antwort. Möge der Segen der Göttin Hylia mit ihr sein. Hoam Bosforamus Hyrule. Wow. Wow. Ritter von Hyrule. Ein junger Mann, der aus einer Familie mit langer Tradition als Königliche wachten im Dienste der Königsfamilie von Hyrule stand. Seine gute Konstitution und sein Talent für den Schwertkampf sind angeboren. Zudem ist er äußerst pflichtbewusst und vernachlässigt niemals sein Training. Like that, man. Impa, Beraterin des Königshauses von Hyrule. Eine Shika, die als Beraterin in den Diensten von Schluss Hyrule steht. Sie mag jung sein, doch sie kommt ihnen Admi... Ihren administrativen Aufgaben mit großer Tüchtigkeit nach und Zelda vertraut ihr. Sie ist unerschütterlich und fleißig, doch gelegentlich auch etwas Geistesabwesen. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh, das wird ein langes Spiel, oder? Brechen wir auf in den Kampf, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Deren Neugier auf den mysteriösen Wächter geweckt war, begab sich mit Impa und Link als Leibwache zum Institut für Antikenforschung, wo sie auf Pura und ihre Forscherkollegen traf. Jedoch... Gehen wir mal weiter. Im 13.11. müsst ihr das Spiel auf deiner Konsole haben? Wieso denn schon so früh? Oh, Zelda! In ihrem Travel Outfit. Warum folgt diese kleine Kreatur mir nur? Was bist du, mein Kleiner? Der ist so süß. Der ist echt mehr Zodizo, oder so. Der ist so cool. Es ist vergebens. Wir sollten ihn zu Rubelo und ins Institut bringen. Ich stimme zu, euer Hoheit. Oh oh. Nein. Nein. Oh, mein Herz. Der Wächter. Oh, Link hat er aber gerade so süß. Und er nimmt hier eine Hand. Oh mein Gott, ist so süß. Okay. Was ist denn da? Ja, sieh. Ja, los. Wir flitzen, ne? Ach, noch die Monster. Oh mein Gott, warum? Warum? Ist das genauso okay? Zerstören wir doch erstmal nicht. Vermeiden wir einen Kampf? Der ist zu stark. Jetzt echt. Ich vermeide einen Kampf. Was? So ein Henker? Oh. Wo geht sie hin? Oh, jetzt kommt der Kleine. Ja, genau. So soll es sein. Jetzt ist er jetzt unser Wächter. Ach, der gehört jetzt uns. Wow. Ich will den ausgegrabenen. Was? Okay, ist doch gar nicht... Ah! Ich dachte, der wäre jetzt unser, weil der blau gelöchtet ist. Ah! Tot. Supergeil. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Okay. 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 Dann schauen wir mal, was sie kann. Was muss ich denn machen? Oh. Ach, sie kann mit dem Sheikah angreifen. Okay. Genau. Wie genial ist das denn bitte? Wo habe ich denn meine optimale Waffe schon hier in meinem Schrank stehen? Ist ja Zelda doch nicht so nutzlos, als sie sich in dem Spiel eigentlich so dargestellt hat. Es ist meine Pflicht. Es ist meine Pflicht. Was? Oh mein Gott, Zelda. Wie kann ich das? Komm schon, Zelda. Wir schaffen das. Oh, es ist gezeichnet. Yes. Oh, Zelda kann nicht kämpfen, meine Damen und Herren. Oh, I'm impressed. Wo bist du, meine holde Prinzessin? Alle, wir wollen ja noch aktivieren. Ich störe mich. Ich muss noch zu weit entfernen. Wir müssen den Feind wohl näher anlocken. Komm. Komm, du kleiner. Du kleiner, süßer Wächter, du. Komm zu mir. Aaaaaaah! Nein! Ja. Los, los, los. Nein, kaputt. Yes, baby. Das ist aber noch nicht so. Was? Ich sehe keine Auszeit mehr. Nee! Okay, das war nicht cool. Echt jetzt nicht. Nein, ernst. Aaaaaaah! Mein Gott, schüttel. Hey! Nein! Mein Herz gerade so. Das muss ich verstecken. Äh, wo bin ich? Ja! Ha! Ja! Ist der tot? Nee. Jetzt wird's jetzt. Oh! Komm schon! Oh nein, Mann! Ist der tot? Bitte. Ja! Diese Wächter sind so fies, die fand ich bei Breath of the Wild auch schon sowas von fies. Aber dieser kleine Wächter, den könnte ich sofort knuddeln und mit ins Bett nehmen. Der ist so süß. Wow. Oh, es kommt schon wieder ein Wächter. Wer ist das? Das ist ein böser kleiner Mini. Oder war das jetzt der gleiche? Ich warte immer, wenn der Gegner am Boden ist und der auf... Er nutzt eine uralte Energiequelle und bislang gänzlich unbekannte Technologie. Mit anderen Worten. Es handelt sich um ein völlig neues Wächtermodell, wie ich es noch nie zuvor nahm. Was? Wer ist das denn? Was ist das denn? Da steht da so wie ich. Welche die Macht alter Relikte verstärken, sind nur ein Teil dieser Technologie. Ich habe auch einen Pinkie Pie. Schließlich können auch wir den Chica-Steinen zusätzlich finden sich im Inneren Informationen, die wir uns nicht einmal haben vorstellen können. Oh, ja, Pinkie Pie. Kachika! Hier, ich konnte übrigens einige Bilder aus diesem Wächter extrahieren. Ist das... Ja, kein Zweifel. Das muss Schloss Hyrule nach der Wiederkehr der Verheerung sein. Bislang konnten wir keine weiteren Informationen extrahieren. Das ergibt alles eine ganz andere Geschichte, wenn das jetzt hier... Doch, wenn ich meine Analysen weiterführe, finde ich höchstwahrscheinlich noch etwas heraus. So wird also Schloss Hyrule aussehen, nachdem die Verheerung zurückgekehrt ist. Dann wird ganz Hyrule dem Untergang geweiht sein. Die bisher von uns ergriffenen Maßnahmen werden wahrlich nicht ausreichend sein. Wow. Sollte es mir nicht gelingen, die Verheerung zu versiegeln? Nein. Das darf ich nicht zulassen. Wow. Für den Sieg über die Verheerung Ganon waren drei Dinge vonnöten. Das Bannschwert, die Siegelkraft, die der Prinzessin von Hyrule innewohnt, sowie die Macht der vier Titanen, die in den Regionen des Landes ausfindig gemacht wurden. Doch der Wald der Crocs und damit das Schwert, das die Dunkelheit versiegelt, waren in die Hände von Monstern gefallen. Auch deutete nichts darauf hin, dass die Kraft der Prinzessin von Hyrule, Zelda, in Bälde erwachen würde. Ein besorgter König Roam entsandte Zelda, um die Piloten der Titanen zu versammeln. Zusammen mit Link, der aufgrund seines Kampfesmutes zu ihrem Ritter ernannt worden war, zog sie aus, jeden der vier Auserwählten aufzusuchen. Das ist so cool. Ich liebe das Spiel jetzt schon so sehr. Gott. Du bestehst also darauf, dass dich dieses verdächtige Relikt begleitet? Ja. Ich sprach mit Pura und Robelo und wir hielten es für das Beste. Ich werde dies nur einmal sagen. Auf keinen Fall hast du deine Pflichten zu vernachlässigen. Ist das klar? Ich kenne meine Rolle und ich werde sie spielen. Das gelobe ich. Oh. Immer dieser Druck, der Konzessen entlastet. Oh, ein cooler Kompass. Der Weihnachtsmann. Ja, der sieht schon echt ein bisschen aus wie Beinmelein. Das ist mal nur mit blauer Rüstung. Aber das ist fast wie ein Film, Leute. Ich hätte nicht erwartet, dass hier so viel Film zu sehen ist. Das ist nicht richtig geil. Und jetzt ist Zelda da! Ah! Prinzessin von Hyrule. Die Prinzessin des Königreichs von Hyrule, in deren Adern das Blut einer Göttin fließt. Sie erforscht die antiken Relikte, die weltweit zu finden sind, seit sie ihre Mutter verlor. Konzentriert sie sich täglich auf ein zermürbendes geistiges Training, um ihre Kraft der Versiegelung zu wecken. Wow. Ich liebe sie. Das ist die beste Zelda ever. Wow. Das Spiel macht jetzt schon so viel Spaß. Also auch die ganzen Charaktere jetzt hier so zu upgraden und... Wahnsinn. Ich finde auch jetzt hier im Menü, dass die Musik so schön beruhigend... Ich will den Soundtrack haben, Leute. Ich will den Soundtrack jetzt sofort. Ich bin gerade so geflasht, dass wir an einem Matsch-Mittwoch den Metzl-Mittwoch gemacht haben. Das ist so lustig, dass sie das genau heute... Ich meine, wir haben so viele Tage in der Woche. Ich hätte an jedem anderen Tag auch noch streamen können. Aber dass sie das genau heute macht, wäre echt cool. Das ehrt mich. Ich liebe Nintendo. Also normalerweise gehen wir ja jetzt davon aus... Also die Leute... Sorry, aber Spoiler. Also man weiß halt, dass vor 100 Jahren was ganz Böses passiert ist. Also das. Sonst wäre Breath of the Wild ja nie passiert. Also dass 100 Jahre später Link sich auch macht, um Zelda irgendwo noch zu retten. Und dass aber jetzt dieser kleine Guardian, also dieser kleine Wächter... Die warnt davor, dass das passiert und dass die zu schwach sind und dass die Guardians nämlich erwachen und so. Das kann natürlich eine ganz andere Handlung geben. Ob das dann eine ganz andere Zeitlinie dann auf einmal wird? Wenn das Spiel jetzt ganz anders hier endet, dann würde Breath of the Wild gar nicht stattfinden. Versteht ihr, was ich meine? Wenn das jetzt hier ein Happy End hat und das würde gar nicht erst dazu kommen, dass Link 100 Jahre schlafen muss und Zelda 100 Jahre in dem Schloss bleiben muss. Ich fände das krass. Also ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass das ein mega trauriges Ende wird. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End. Also es ist jetzt gerade alles offen. Und dieser kleine... Ganz ehrlich, dieser Wächter, der sieht doch aus wie ein Druide von Star Wars. Ganz ehrlich, der benimmt sich auch so. Und dann gab es ja noch einen anderen kleinen... Ich weiß nicht, das frage ich mich noch. Ob das der gleiche Wächter war oder ob das zwei verschiedene sind. Das wissen wir auch noch nicht. Es sind so viele Fragen jetzt in diesem Spiel und es gibt alles... Also ich glaube, das wird nachher wieder voll den Bam-Effekt geben, wenn das Spiel wirklich am Ende kommt. Und ich wünsche euch allen auf jeden Fall heute eine gute Nacht. Bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht runterziehen von dem baldigen Lockdown, der jetzt kommt. Für mich heißt der Lockdown eigentlich nur mehr, dass ich mehr streamen werde mit euch und wir mehr Zeit miteinander verbringen. Also immer positiv blicken. Ich hoffe, dass diese blöde Krankheit endlich bald weg ist. Und jetzt war es gut. Ich bin dann bei einem Sohn und der Leiber, das war Tag im Netz. Und dann bei einem Sohn und den Läubchen der macht es einfach so. Und dann gehen wir mal rein. Und dann klären wir uns doch mal. Und dann wird ein Ballern. Sohn und die Platze waren. Sohn im Nachmittag. Untertitelung des ZDF, 2020